Erlebe mit dem Flieger aus dem Lego-Nineage-Set Drachenmeister Jay spannende Action und echte Luftakrobatik. Das Set enthält einen Griff, den du aus Legesteinen bauen musst, eine Minifigur-Kapsel, eine Klinge, Drachenflügel und einen Zug-Krimmen. Zeig Solo-Tricks, misse dich mit deinen Freunden und nutze dein ganzes Umfeld, um dir unzählige spannende Ninja-Herausforderungen einfallen zu lassen. Dieses Lego-Nineage-Spielzeug enthält Jay als Minifigur. Enthält Lego-Nineage-Jay als Minifigur. Enthält einen Griff, der aus Legesteinen gebaut werden muss, eine Minifigur-Kapsel, eine Klinge, Drachenflügel, einen Zug-Krimmen sowie eine runde Lego-2x2-Platte mit dem Logo von Jay.